Die Geschäftsmodelle Die Geschäftsmodelle Nehmen Sie also Ihr Leben selbst in die Hand. Machen Sie sich unabhängig von der Wirtschaftsentwicklung und Ihrem bisherigen Arbeitgeber. Steigen Sie in die größte Wachstumsbranche ein und beweisen Sie sich und Ihren Liebsten, dass auch Sie für den großen Erfolg geboren sind. Wir helfen Ihnen gerne dabei. Die Basis unseres Erfolges ist das Familienunternehmen Forever. Forever wurde 1978 vom erfahrenen Geschäftsmann Rex Morn gegründet. Das börsenunabhängige und eigenfinanzierte Unternehmen macht seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren Milliarden Umsätze und kann heute auf ein konstantes, kontinuierliches Wachstum blicken. Sollte sich unser Markt weiter so rasant entwickeln, ist Forever eine Verfünffachung der derzeitigen Umsätze in den nächsten Jahren durchaus zuzutrauen. Forever ist weltweit bereits in mehr als 140 Ländern mit eigenen Niederlassungen, Service- und Logistikzentren vertreten. Wir machen Milliarden Umsätze, aber Sie haben noch nie etwas von uns gehört? Das ist ganz einfach zu erklären. Wir vertreiben unsere Produkte nicht auf dem traditionellen Vertriebsweg, sondern liefern als Hersteller direkt an unsere Kunden. Auch machen wir im klassischen Sinne keine Werbung. So sparen wir uns die herkömmlichen Vertriebskosten ein, die in Form von extrem hohen Provisionen an unsere Vertriebspartner ausbezahlt werden. Hier ein Beispiel. Unser Sortiment besteht aus einzigartigen, meist patentierten Verbrauchsprodukten, die in jedem Haushalt in ähnlicher Form bereits vorhanden sind. Wir müssen also nichts verkaufen, niemanden von etwas überzeugen. Wir tauschen nur ein vorhandenes Produkt gegen ein qualitativ viel besseres und günstigeres aus. Dazu bieten wir noch eine einmonatige Zufriedenheit. Zufriedenheitsgarantie, sodass unsere Kunden immer auf der ganz sicheren Seite sind. Mit dieser Vertriebsrevolution ist Forever zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Unser Konzept wird bereits in der Politik aktiv gefördert, denn jeder weiß, dass dies die Vertriebsart der Zukunft sein wird. Kein Verkauf, das Wachstum entsteht durch neue Produktnutzer. Wir bauen mit unseren Partnern gemeinsam große Verbrauchernetzwerke auf und bieten unseren Kunden handfeste Vorteile. Wie zum Beispiel immer die höchste Produktqualität, günstiger Einkaufen und Cashback, 24 Stunden Bestell- und Lieferservice, kostenlose Lieferung, Provisionen für erfolgreiche Weiterempfehlungen und vieles mehr. Es funktioniert ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein solches Verbrauchernetzwerk unter sich aufgebaut. Hunderte, Tausende, Zehntausende oder Millionen von Menschen kaufen in Ihrem Netzwerk ein, sind begeistert, bestellen nach und empfehlen die Forever-Produkte weiter. Das bedeutet dann für Sie, dass Sie an jedem Euro- oder Frankenumsatz mit einem steigenden Prozentsatz beteiligt sind. Sie verdienen also immer mit. Das Forever-Geschäft kann die perfekte Rente für Sie sein, denn alle Produkte haben bei entsprechender Betreuung der Kunden eine über 80%ige Nachkaufrate. Verdienen Sie ein Leben lang mit Forever. Einige der Forever-Produkte haben heute bereits Kultstatus erlangt und sind in mehr als 90 Millionen Haushalten zu finden. Unsere Produktentwickler arbeiten schon heute an den Verkaufshighlights von morgen. Der Verkaufserfolg der Forever-Produkte ist absolut sicher und die einzigartig hohe Qualität der Forever-Produkte wird durch zahlreiche Gütesiegel Jahr für Jahr wieder bestätigt. Jeder kann diese genialen Verbrauchsprodukte direkt bei Forever beziehen und in unser stetig wachsendes Milliardengeschäft einsteigen. Dazu könnten Sie sich schon heute ohne jede Verpflichtung registrieren. Sobald Sie registriert sind, können Sie die Produkte günstiger beziehen und beginnen Ihr Konsumentennetzwerk mit aktiven Vertriebspartnern und Kunden aufzubauen. Sie werden begeistert sein von der Qualität und Wirkung der Forever-Produkte sowie der Einfachheit unseres Geschäftes. Henry Ford sagte schon, wenn Du etwas wirklich Großes aufbauen willst, musst Du etwas Einfaches aufbauen. Sie werden kein einfacheres Geschäft als das von Forever auf der Welt finden. Was sind nun die Vorteile mit Forever? Alle, die mit Forever starten, haben die gleichen Bedingungen. Es gibt keine Aufnahmegebühren, keine Jahresbeiträge, keine Abnahmeverpflichtungen. Sie entscheiden selbst, wie groß Ihr eigenes Unternehmen werden soll. Sie haben keine Zeit- und Konzentrationsverluste, da Ihre Kunden und Partner direkt bei Forever bestellen. Das Forever-Geschäft ist vererbbar, sodass Sie Ihr Geschäft nicht nur für sich selbst, sondern auch für die nachfolgenden Generationen aufbauen. Und Forever zahlt alle Provisionen auf die Nettoverkaufspreise, was in der Geschäftswelt einmalig ist. Was ist aber jetzt der Haken an dem Forever-Erfolgsmodell? Der Haken ist die Zeit. Sie benötigen ca. 2-3 Jahre, um ein solides Konsumentennetzwerk aufzubauen, welches stabile Umsätze bringt. Sie verdienen zwar ab dem ersten Tag Geld, aber die richtig großen Einkommen bedürfen einer soliden Aufbauzeit. Nun, wie schaut es bei Ihnen aus? Ist es uns gelungen, Ihnen diese einzigartige Geschäftsmöglichkeit näher zu bringen? Wir sind sicher, es ist Ihre große Chance. Wir wünschen Ihnen eine gute Entscheidung und freuen uns schon jetzt auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Ihr Forever Erfolgsteam Wir wünschen Ihnen eine gute Entscheidung. Wir wünschen Ihnen eine gute Entscheidung. Wir wünschen Ihnen eine gute Entscheidung. Vielen Dank. Vielen Dank.